An einem kalten, regnerischen Nachmittag fand sich ein sanfter, orangefarbener Kater an einer riesigen Mülldeponie wieder. Ein Ort, den keine lebende Seele je als Zuhause bezeichnen sollte. Er war ein Scottish Fold, eine seltene und edle Rasse mit einem Fell, das viel zu rein war für den Schmutz um ihn herum. Aber dort war er, zurückgelassen wie weggeworfener Müll. Seine großen, flehenden Augen folgten jedem vorbeifahrenden Auto, jedem Fußgänger, in der Hoffnung, dass jemand irgendjemand ihn bemerken würde. Tage vergingen. Seine Hoffnung schwand, aber nicht ganz. Die Nachricht über einen großen, freundlichen Kater, der dringend Hilfe braucht, verbreitete sich schnell und eine Freiwillige namens Alina Lazareva reagierte sofort. Ohne zu zögern, kämpfte sie sich durch den Schlamm und den Regen und machte sich auf den Weg durch das Labyrinth der Müllberge, um den armen Kater zu finden. Als sie ankam, sah sie ihn, ein Bild von Stärke und Verletzlichkeit zugleich. Der Kater, der später Liam genannt wurde, kam sofort auf sie zu, als wüsste er, dass seine Retterin gekommen war. Liam stellte sich als reinrassiger Scottish Fold heraus, nicht älter als ein Jahr, mit den für diese Rasse typischen, gefalteten Ohren. Unter Alinas Obhut blühte Liam auf. Seine anfängliche Vorsicht verflog und er wurde vertrauensvoll, verspielt und liebevoll. Er folgte ihr überall hin und schnurrte laut, als wolle er sich jeden Moment für seine zweite Chance im Leben bedanken. Doch Alinas Zuhause war nur ein Zwischenstopp für Liam. Wie es der Zufall wollte, erreichte seine Geschichte zwei Schwestern aus einem anderen Land, Hannah und Hayley Freund. Sie sahen Liams Fotos und Videos in den sozialen Medien und fühlten sofort eine Verbindung. Trotz der Entfernung wussten sie, dass sie ihn zu sich holen mussten. Nach wochenlanger Planung, Papierkram und einer langen Reise kam Liam schließlich in ihren Armen an. In dem Moment, als sie sich trafen, war es, als hätten sie schon immer zusammengehört. Liam, der jetzt Jax heißt, sprang Hannah sofort in die Arme und sein Schnurren hallte wie ein warmer Herzschlag wieder. Es gab kein Zögern, keine Angst, nur pure Liebe. Es war die Art von Bindung, die all die Hindernisse, den Regen, die Entfernung, den Papierkram, unbedeutend erscheinen ließ. Und hier setzt Jax Reise fort, von tiefster Verzweiflung zu einem Leben voller Liebe und Fürsorge, dank der Freundlichkeit einiger weniger Menschen. Seine Geschichte erinnert uns daran, dass es immer Hoffnung gibt, egal wie aussichtslos eine Situation scheint. Und manchmal sind die besten Freundschaften diejenigen, die uns finden, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Wenn du an zweite Chancen für Tiere wie Jax glaubst, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, diese Geschichte zu liken und deine Meinung in den Kommentaren zu teilen. Jeder Klick, jedes Teilen und jede Stimme kann dazu beitragen, dass Tiere wie Jax ihr endgültiges Zuhause finden.